Ein Gericht in Spanien hat den ehemaligen Barcelona-Fußballer Dani Alves wegen Vergewaltigung schuldig befunden. Er wurde zu einem Strafplan und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah als erwiesen an, dass er in der Silvesternacht 2022 eine Frau sexuell belästigt hat. Der 40-jährige Fußballer befindet sich seit dem 20. Januar 2023 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat eine neunjährige Haftstrafe gefordert. Bisher wurde eine vorläufige Freilassung vom Gericht konsequent abgelehnt, da das Risiko besteht, dass der Spieler mit Hilfe seines Vermögens fliehen könnte. Es besteht kein Auslieferungsabkommen mit seinem Heimatland Brasilien.